Wenn der wieder unrufmerksam wird. Das machen wir auch mit der zweiten. Da kommen wir nicht lang. Unaufmerksamkeit zu erregen. Sekunde. Mist, verkackt. Auf seinen Kopf, auf seinen Kopf. Wir müssen ihn sofort, während er noch den Helm abzieht. Äh, die mit den Schönern, die sind echt op. Das ist echt unglaublich. Wir dürfen leider immer noch kein Schwert haben. Er hat auch sofort einen Plan, was los ist. Ich bin nicht so schnell. Wenn man sich verstecken könnte. Wenn man sich verstecken könnte vor denen. Den Helm abschlagen und dann sich verstecken. Sie haben die Ratten das nur geschafft. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Sie sind hier sofort aufmerksam. Das ist ganz genau, was sie tun. Ich kann nichts sehen, was sie tun. Nichts hier, nichts hier, nichts hier. Nein, hier ist keiner. 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 Ich hätte schwören können, es kam von dort. Wie komme ich da hin? Es kam von dort drüben, ganz dicht. Da! Stoppt ihr euch! Weht zum Henker. Da habt ihr euch also versteckt. Man müsste hier ein Versteck haben. Das ist echt schwierig. Vielleicht kann man da zurück wehren, wie die dort drin sind. Können wir den einen noch einschläfern? Siehst du das? Sie haben es blockiert. Das ist eine schwere Kombi. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Da habe ich nicht, wie das Zeug zu... Ach, leckeres Mio. Wenn wir uns hinter denen wieder rausschleichen könnten... Können wir vielleicht... Auf der anderen Seite. Also es ließ das ja, wir müssten sie hier rausschalten. Was ist das? Das sehe ich mir genauer an. Niemand hier. Nein, niemand hier. Verdammt! Ist das denn völlig unmöglich? Ich könnte noch mal versuchen, da vorne durchzukommen. Das ist ja was blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ich könnte noch mal versuchen, dass er mich jetzt schon entdeckt hat. Wir können nämlich entdeckt haben. Jesus, Maria und Josef. Ich versuche es im Hauptgang. Heilige Scheiße. Die Kraft ist braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau... Der Hauptgang ist auch nicht besser. Hier ist Sackgasser. Das ist eine klassische Batman-Arcum... Situation. Wenn mir einer an den Arm schlägt. Wie sollen wir hier weiterkommen? Das ist eine klassisch auswechslose Situation. Und am Arsch. Dann haben wir drei mit und ein ohne. Und das schlägt sofort Alarm. Ich will die stückweise ausschalten. Jetzt ist Alarm für alle. Wenn wir die zurücklenken könnten, wenn wir zurückgehen... Wir haben die Rappen das nur geschafft. Wenn wir die zurück sammeln... Dann die zurücklocken und einzeln ausschalten. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Uff. Dass das mal zu so einem taktischen Spiel wird. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Das habe ich auch schon versucht, dort Steine drauf zu werfen, um die abzulenken. Das ist ja völlig vergibens. Wenn wir den seinen Helm entfernen. Und herlocken. Dann können wir zurückgehen. Ein letzter Halle. Ach, da berufzt sich was. Was? Was? Wo kam das? könnten. Was auch immer durch diese Tür kommen mag. Das ist eine sehr gute Taktik, sich hier zurückzuziehen. Alle wieder schwarz. Ob wir so weit schießen können. Okay, einen haben wir schon tot, wenn das so klappt. Das dauert zwar eine Weile. Jetzt könnte man es systematisch schaffen. Und er liegt schon tot. Jetzt hätten wir nur noch zwei. Wenn das so klappt, dann brauchen wir nicht in den Nebenraum. Ich habe noch vier davon, das reicht locker. Kann ich zweimal daneben schießen. Kurzer Schluck Cola. Mega spannend hier. Kann man das Spiel so austricksen. Von hier aus kann ich ja super zielen. Und den Ticken mehr. Oh, kann ich nicht. Ja, das ist jetzt scheiße. Ja, das ist jetzt scheiße. Der sieht mich doch sofort. Hier ist niemand. Jetzt hat der keinen Helm. Bitte lasst das klappen. Falls nicht, ich bin vorbereitet. Puh, es klappt. Jetzt den einen ohne Helm ausschalten. Und dann den zweiten. Sind die so doof? Der eine dürfte jetzt keinen Helm aufhaben. Aber wo ist der eine? Ist doch bitte kein Bug. Scheiße, ich höre ihn doch Tapsen. Ah ja, da ist er. Ah ja, da ist er. Einen noch mit Helm oder was? Was? Das gibt's ja nicht. Wie soll man die denn ausschalten? Drei Zeug haben wir noch. Ich hoffe, die werden hier nicht aufmerksam auf uns. Ich hoffe, die werden hier nicht aufmerksam auf uns. Ich kann die Taktik nicht aufmerksam aufhören. Ich kann das mit dem Helm nicht aufhören. Ich kann das nicht aufhören. Wenn wir den Helm nicht aufhören. auf den Romen. Da kommen wir auf keinen Fall durch. Das ist nicht so gewollt. Aber sie rufen doch sofort Alarm von den anderen. Oh Gott, dieses Spiel ist unmöglich. Der Ruf doch sofort Alarm. Nein, komm nicht hier rein. Dieser Raum ist für die scheinbar unmöglich zu betreten. Für die anderen schon irgendwie, aber... Und der hat den Helm wieder auf, oder was? Das glaube ich ja nicht. Das Spiel ist echt unglaublich. Als ob ich nicht getroffen habe. Als ob ich nicht getroffen habe. Ich habe nicht getroffen. Oh Gott, dieses Level. Das muss der finale Level sein. Das muss ja danach... Es muss ja einen Bosskampf geben. Und danach ist... Und bitte hab deinen Helm da noch ab. Und dann ist es geschafft haben. Oder wird es mal zurückgesetzt? Wenn noch keiner... Wenn man den Raum verlässt, wird es zurückgesetzt. Scheinbar nicht, weil der eine... Wir haben ja schon ein paar besiegt. Oh no. Warum kommst du hier rein? Warum kommst du hier rein? Wir müssen sie verscheucht haben. Zurück auf eure Posten. Kurt? Ja, tut es nicht. Jetzt kommt es zumittel du Dienstle울. Oder geht das auf? Die?" Ich sag's doch, ich kriege euch. Riecht es gut, findet mich nicht, da der Raum dann clean ist, dann komm ich da durch, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Kleiner Wecker, den ich mir gestellt habe. Die mit den schönen, die sind unheimlich. Und die haben die sind saugebauen. Und P sind die. Und jetzt treff. Loppen. Nein. Nein, 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 nein. Ein Stein noch, dann ist der Raum befreit. Dann kann ich da hoffentlich das Ritzel lösen. Jetzt zerbrechen die Kopf, das ist gut. Kopfzerbrechen ist ein gutes Wortspiel. Hier ist doch nichts schief gehen. Steinchen. Ich hoffe, du hast nicht zu lange Kopf zerbrechen. Trotzdem weiter vorsichtig. Ich weiß nicht, ob die mal nachschauen kommen, aber das macht ja ganz schön Lärm hier. Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Was? Was? das darf nicht sein das muss den miss noch mal machen die lichtschrank darf nicht sein das licht davon schreck das loch ist jetzt völlig nutzlos siehst du das sie haben es blockiert jetzt gehen wir noch ein zweites mal in den hier spannendes kapitel getroffen und weg hier niemand hier das ist gut wer hat das ding oder stress das immer viermal zu machen dann noch die ratten besiegen vergesst es sie kommen nicht wieder eine ohne helm und einer mit schild erst den allen ausschalten dann den anderen ich denke nicht dass wir schnell wieder aufstehen diesmal ein alarmiert praktisch Warten bis das Ding wieder runter ist. Vorsichtig. nicht und eins noch dann haben wir den sehr gute taktik die dürfte kein problem sein die umgebung ist sauber ständchen Und die Ratten wegknocken. Der Rattenback ist wirklich dramatisch. Das ist der Ratten-Tornado. Dadurch, dass die verbacken, haben wir ein großes Problem. Du musst das Licht einfach mal wegstellen. Die Waren nehmen an. Das wird die Ratten beschäftigen. Wenn die nur alle kommen würden. Ja, leider nicht. Das wird schnell. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Du bist hinter dieser Tür. Das ist schon richtig. Hoffentlich ein Safepoint hier. Ja. 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 Ja.